ja st leute und willkommen zu einer weiteren folge ist damit EU und heute sind wir mal ohne Philipp unterwegs sind ich drücke aufs Born und das wird die und das ist nicht wichtig so wir waren hier stehen geblieben Ranschützungen genau wer weiß dass zweitlieben da ist gut 80 Meter reich soo und da haben wir gleich der 2 näheraumgebung ist keine keine raumschiffung, keine Turtles mehr So, jetzt habe ich das eine ganze Ecke leiser gemacht, weil die Soundfacts einfach übermäßig laut werden. Oh, das dauert jetzt. Warte. Kann ich das noch ein bisschen? Willst du dein Leder ein bisschen aufbauen? Ja, heute mal es damit ohne Sound. Dafür ist es glaube ich aber ein bisschen leiser. Na ja, ach du scheiße, was tust du? Bisschen größer machen. Bisschen, 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 ganz, bisschen. So, was du kannst, kann ich nämlich auch. So. Und man macht immer noch nicht richtig mehr Schamste immer noch neu. So, schauen wir mal, wie das so. Ach, scheiße. Nein. Schreib mich, wie stark die Pistole, ach nee, wir haben ja keine, ne? Nein, haben wir nicht. Wann bitte gerade nicht schießen? Na, ich dachte, vielleicht kann man das Fiction-Ding einfach überschreiben. Das wird zwar einfach, Martin, das wird zwar einfach. Wäre es auch, also trotzdem cool. So, wir gehen jetzt die Mausweckung, äh, Mausfest, wir gehen jetzt einfach weg. Genau, das tun wir. Steht bei dir auch mal Nullschaden? Ja. Schießt du noch? Nein. Okay, tust du nicht. Steht da immer noch Null? Bei mir schon. Warte, ich baue noch ein bisschen aus. Warte, dafür muss ich stillhalten. So. Okay, warte, ich mach das mal noch ein bisschen anders. So. Schießt du mal weiter? Ja, ich, ähm, bau währenddessen ein bisschen aus. Tust du, äh, einen langen Gebäude oder wie, oder was musst du sagen? Ja. Ach, Gott. Okay, erstmal jetzt auch. Alter, ohne Witz. Warte. So, ich hoffe, dass die Aufnahme ist jetzt nicht irgendwie verbackt oder so. Ist sie sowieso? Ja, ich weiß. Nicht zu stark verbackt, sagen wir es mal so. So, ich muss ein bisschen zurückfliegen. Das reicht. Martin, schau dir meinen Laser an. Denkst du, der ist lang genug? Nope. Mir fällt gerade auf, ich vergrößere meine Waffe und vergrößere sie. Und dabei habe ich noch nicht mal das, äh, den Waffencomputer ausgewählt. So hat es gar nicht funktioniert. So, jetzt schließe ich mal drauf. Oh, zwei Scharen. Alter, hier. Und meine Power ist gleich am Ende schon. Oh, Nobel. Zwei Scharen. Nobel? Nobel. Nobel. Das hat Swag. Schau mal, ich kann mir was leichts... In zwei Scharen kann ich den Typen machen hier. Schauen wir uns das Ganze mal von vorne an. Hier, da hat er schon die Parasiter. Kommen wir mal weiter drauf. Ich krieg dir das hier nicht reingeparkt. Schau dir mal meinen an, Martin. Meiner ist krasser. Echt? Ja. Ja. Und er wird noch länger. Naja, deiner ist momentan nicht krasser. Nicht? Nein. Schau dir mal nach hinten, hinter mein Raumschiff. Ach so! Krass. Unnötig. Junge, unnötig. Ja, also... Ne, nicht immer vorne hinschauen, noch mal nach hinten schauen. Das sind gerade mal zwei Scharen, die ich dem Bist reindrücke. Alter. Das ist echt hart. Und das sind etwa 150. Die sind etwa 150 lang. Etwas rein zufällig, nicht irgendwie Kisten an Bord. Vielleicht kannst du wieder abbauen, weil ich schon fertig bin. Nee, ich bin direkt vor dem Teil. Okay, ich hab mich zerstört. Echt? Ja. Was ist ein Scheiß? Was mache ich mir die Mühe? Ja. Ich glaub, ich mach ihn schon etwas länger. Wie, etwas länger? Als er gerade war. Du willst ihn jetzt irgendwie immer so lassen, aber wie soll ich das verstehen? Nein, etwas länger. Etwas länger ist nicht drei Kilometer oder so. Und jetzt können wir hier auch mal... Ach ja. Genau. So nämlich nicht. Nee. Bisschen was abbauen hier und dann hier so schön. Da. Schneise rein. Hä? Irgendwie sah man letztens ja nicht die Mining Laser. Jetzt sehe ich sie zum Glück alle. Was benutzen die hier alles? Purple Hill? Graue Hülle? Eiskristalle? Die benutzen... Also die Piraten benutzen ziemlich viel. Farbenfroh. So kann man es auch sagen. So, nochmal ausrichten, aussteigen, reinfliegen, reinschauen. Und rausnehmen. So, was haben wir denn hier? Was gehört wehen? Das ist, glaub ich, meins. Was heißt eins? Ja, mein Inventar halt. Kommt doch alles in eine Kiste. Also in einem Lager, meine ich. Ja, aber ich meine jetzt mein Inventar halt. Gerade. Ja, hab ich in meinem Inventar... Nein, ich hab keine Kiste. Vorbereitung for the win. Ist irgendwo eine Kiste drin in der Kiste? Mach eine Kiste so leer, wie du kannst. Ich komm jetzt auch gleich und mach mein Inventar vor. Mein Inventar ist gerade voll. Okay. Die haben hier echt alles drin, bis auf Kisten. Ist klar. Ah, hier, 189 Kisten. Wo verstecke ich die jetzt am besten? Lass mich das machen. Warte, ich... Ich schau mal, ob ich irgendwo noch Platz finde. Finde ich bestimmt. Davon mal ab. Bäh, genau. Geht ja momentan jetzt nur gerade ums Einlagern. Okay, in der Kiste ist jetzt nichts richtig Teures. Nichts richtig Wertvolles. So, ich hab jetzt vier Kisten in meinem Raumschiff. Die werden jetzt erstmal reichen, hoffentlich. Und die packe ich jetzt auch voll... So. Boah, Lex hat L5. Und fast tausend Stück davon. Das heißt? L5 ist eine Million wert. Das heißt, wir haben fast eine Milliarde eben verdient. Ach du Scheiße. Okay, Leute, äh... Wir haben erstmal ausgesorgt. Nein, das sollten wir auch nicht alles verkaufen. Ich glaub, damit kann man auch einige Rezepte machen. Schätze ich mal auch. Ähm. Tut uns leid, wenn es nicht so... Voller Energie steckt. Weil halt zwei Leute fehlen. Da wirkt das Ganze schon eine Ecke leerer. Brauchst du deine Kisten? Da links. Ich salte hier mal ein bisschen rein. Tu du dies. Lass mal in die Kiste, wo ich gerade drauf zugreife, erstmal nur Hülle reinmachen. Ja. Doch, mehr oder weniger sortiert, bitte. Tu du das gerade. Ich, äh... Dann lass die Hülle liegen in den Kisten. Mach das gerade mal hier so. Warte. So. Weißt du was? Hau einfach die Scheiße rein. Ich sortiere es danach. Vielleicht auch offscreen. Wäre auf jeden Fall gut. Also, wenn ich nichts zu tun finde, dann mach ich das. Das ist mein Lieblings-Pleks-Pleks-Pleks-Pleks-Pleks-Pleks-Pleks-Pleks. So. Äh. X10-Gem-Radar-Gemmer. Radar-Gemmer. Das ist, äh, du versteckst dich vorm Radar. Es gibt ein Radar. Ähm, oben rechts, wenn du im Raumschiff sitzt. Ah. Das ist das also. Hm. Flieg unterm Radar. Funktioniert das überhaupt im Weltall? Ähm... Ja. Ja. Mehr oder weniger, ne? Powers-Supply-Beam. Oh, verdammt! Ich gedrückt. Mist. Da fliege ich hier hoch und baue die noch ab. Weil sie schön sind. Oder ich fliege einfach runter und nehme mein Raumschiff. Ziemlich doofi Idee, dass du gerade, äh, das machst. Mit den Kitzken. Ist ja besser, wenn ich das gemacht hätte. Dann müssten die wenig zusehen, wie du die auslädst. Hm. Egal. Kann ich mein Raumschiff bewegen, oder bist du noch drin? Ich bin gerade am Ausladen. Woher, warum lade ich aus? Lol. Brauche ich ja gar nicht. Okay. So. Den Sekt habe ich mir aufgeschrieben. Lass mal erstmal nach Hause fliegen, würde ich sagen. Jo, können wir machen. Okay. Zwei... Äh, Baypoint. Hast du auch die Piraten auf dem Radar? Ja, zwei Kilometer. 2,2,2. So, Baypoint gesetzt. Wie man sieht, äh, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht, nicht da sieht, sondern da sieht, kann man jetzt direkt zum Waypoint fliehen. Keine Umwege mehr. Jo, ist die erste Folge, äh, normale Folge damit. Miss Vesha hat mir das auch schon gemerkt. Ja, aber das ist halt die reguläre Folge hier. Was haben wir denn da? Shop. Hier haben wir einen Shop und... Hololololol. Ich gucke, ob es da im Shop was Gutes gibt. Höhlen, meine ich. So, okay. Ne, den habe ich schon ausgeräumt. Ne, Black Höhle, das habe ich nicht gekauft, hä? Wo habe ich das nicht gekauft? Joa, gute Frage. Warum hast du das nicht gekauft? Vielleicht wurde es nachgeliefert. Ne, ich habe es wahrscheinlich nicht gekauft. Du hast voll dein Vorsprung, ey. Ich bin auch schnell. Mit meinen 95 kmh. Echt? Ja. Dann hole ich dich hier locker ein, ich bin 115. Joa, der Abschluss wird geringer. Aber ich schaffe es nicht mehr, bevor wir zu Hause sind. 800, 700, 600, 500. Ja, wenn du bremst. Ich bremse garantiert nicht, wer bremst, verliert. Okay, scheiße, ich bin weg. Ah, nein. Ist bei dir... Okay, nee. Wow. Bremsen. Es alles lädt. Okay, okay. Es leckt gerade alles, was laden muss, weil wir so schnell sind. Geschwindigkeit, wo die aufdreht. Hä, wo bin ich? Ich wollte zu 222, wo bin ich jetzt? 2.0. Nochmal zurück. 2.0. Du bist weit. Viel zu weit. Scheinbar. Ja, irgendwie so... gut zwei Kilometer. Ja, das Server tut gerade ein bisschen... Komisch packen. Bisschen. Besser als Schnur rumspacken. So. Okay, ich bremse jetzt schon mal. Ja, mir geht das erst mal gar nicht. So, ich bin jetzt auch da. Oh. Ach ja, ist das Leben nicht schön. Crash. Ah. Was ist... Schipfhuse... Wawawawawas? Alter. Ja. Warte, Fug. Das braucht übelst lange zum Laden gerade. Ja. Wir sind ziemlich weit mit der Erdgonung. Ziemlich weit kann man noch gar nicht sagen, ne? Ja, doch. Also mit der Höhle und alle sind wir ziemlich weit. Ja. Okay. Wenn man es so sieht... Ich glaube, wenn ich jetzt aussteige, ist das eine schlechte Idee. Park das Teil direkt neben dem... Äh... Weil gleich ist... Aufnahme Neustart. Zwei Minuten. Bei der Ende. Und stopp. Okay. Dann können wir es schnell einsortieren. Okay. Okay. Ach, tschiii. So. Ihr seht, Leute, so sieht es ja aus. Wunderschön. Ich sehe nichts, weil es noch nicht geht. Oh, da musst du mal aus dem Sektor raus und langsam reinfliegen. Echt? Ja. Okay. Wie langsam? Ähm... Ich sag Spack wahrscheinlich rum, weil wir die Geschwindigkeit so hochgestellt haben. Oder Puff, das ist wirklich ein bisschen krass. Flieg mal mit so etwa 50 kmh rein. Tun die Kisten und alles umplatziert? Ob bin ich nur zu doof, die zu finden? Die stehen da, wo sie sonst auch stehen. Achso. Ich glaube, bei mir lebt das ganze Teil nicht. Da fehlt mir so ein ganzer Chunk. Hm. Blau, der scheint mit den Kisten. Oder was? Ja, natürlich. Als ob das Gebäude hier so aufgeschnitten wäre. Dann fliegen wir mal langsam wieder rein. Also rausgehen, wie es nicht mehr siehst. Und es klingelt. Also Leute, ich würde sie schaggen. Ja, wir machen dann gleich, nachdem ich langsam wieder reingeflogen bin. Eine kleine Pause und dann geht es weiter. Komm schon, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nein, flieg mal schnell rein und park dich vernünftig. Ich mach dann kurz Server und restart. 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 Ja. Okay. Bis zur nächsten Folge. Bis 10 und so. Ja.